Die Frau hat sie mal nach Hause gebracht, respektive sie hat sie zuerst gekauft, dann hat sie mir gesagt, ich sollte es auch mal probieren. Ich war ein bisschen skeptisch und dann habe ich sie auch probiert und nachher habe ich es gut gefunden und seither tragen sie es immer.